Am Wochenende konnte ich echt mal nachdenken und ich muss diese zweigleisige Bettgeschichte mit Leonie und Bo beenden. Ich muss heute unbedingt mit ihnen sprechen. Hi. Na, bist du wieder zurück? Na, ja, bin wieder da. Hi. Hey. Du bist zurück? Na, ja, ja. Schön dich zu sehen. Alles cool? Ja. Ja? Ja, ich muss jetzt auch zur Arbeit. Wir haben für heute Abend ein paar Freunde eingeladen. Und ja, wenn du willst, kannst du auch... Was entspanntes, oder? Ja, einfach schauen, was es hier gibt, oder? Du kannst ja auch einfach sonst noch irgendwie... Ja, ich fahr mal meine Kunden. Ja? Gut. Dann... Ciao. Ciao. Äh... Hast du vielleicht kurz eine Sekunde? Ich möchte mal mit dir quatschen. Ich hab's aber ganz viel Zeit. Ja? Kein Problem. Ähm... Ja, ich muss schon noch los. Ich wollte nur die Tasche eben hier lassen. Genau. Und ich hab noch einen Kunden in der Werkstatt. Und ähm... Wir sehen uns auf der Party. Ich freu mich auf die Party, okay? Ja. Boah, jetzt bin ich fast wieder schwach geworden. Und eigentlich wollte ich ja nur mit Leonie reden. Aber wenn sie mich die ganze Zeit anmacht, kann ich auch nicht für klare Verhältnisse sorgen. Ich bin ja schließlich auch nur ein Mann. Das Gespräch mit Leonie ging ja so in die Hose. Hoffentlich hab ich mehr Glück bei Bohnen, kann wenigstens mit ihr schon mal klären, dass da ab jetzt nichts mehr läuft. Hallo? Hallo, schöner Mann. Hallo, na? Hast du mich am Besten? Oder warum besuchst du mich schon auf der Arbeit? Ja, ich wollte gar nicht mal mit dir sprechen. Mein Kopf ist so... Ich war jetzt übers Wochenende weg, hab ein bisschen nachgedacht. Ja, aber wir können doch auch einfach später reden, weil das ist gerade keiner. Nein, nein, nein. Hör mir mal echt zu. Wirklich. Ich mag jetzt nicht zuhören. Ich hab viel an uns gedacht und an das Ganze. Ja, aber glaub mir, ich... Katastrophe. Ach. Hi. Katastrophe. Diese RTW ist von unten bis oben vollgekotzt. Ja, geil. Der letzte Patient, Elvers oder wie der heißt, keine Ahnung, hat alles vollgekotzt. Könntest du uns vielleicht bitte helfen? Jetzt sofort, oder? Ja, wir müssen gleich wieder raus. Okay. Super. Okay. 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 Tschüss. Ciao. Boah, jetzt muss ich mich von beiden auch noch fernhalten. Anscheinend muss ich mit der Aussprache bis nach der Party warten. Auf jeden Fall will ich nicht mehr der Grund sein, warum Leonie und Bo sich gegenseitig verarschen. Hey, hey. 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 Du hilfst ihm. Genau. Kannst du mir mal verraten, was du für ein Glück hast mit den Weibern? Ja, halb nackt liegen die da oder was? Verarsch mich nicht. Ey, ich hab hier auch mal gewohnt, ne? Ja, da war ich aber mit Lina zusammen und da konnte ich natürlich nichts machen. Aber wenn ich das sehe, bin ich echt neidisch, ey. Ja, die sind schon, also sie ist sehr bescheid. Ja, klar. Kann man schon machen. Ja, das ist auch ein bisschen mein Problem gerade. Okay. Was ist los, so ungefähr? Willst du's mir sagen? Kann ich dir vertrauen. Ja? Aber wirklich, das muss unter uns bleiben, das darf keiner wissen. Ich mein's ernst. Top Secret. Versprochen. Ich hab was. Leonie. Mit Leo? Ja. Geil. Mit beiden? Was bist du für... Was bist du für eine Maschine? Was für eine Maschine? Mit beiden? Ja, was? Ja. Das zerstört mich, ey. Das muss unter uns bleiben. Und ob die beiden wissen nicht mal voneinander. Ja, du lachst. Das ist das Schlimme daran. Ach du Scheiße. Ja, ich hab schon ein paar Mal versucht, das Ganze zu beenden. Jedes Mal im Gespräch. Die wollen da nur das eine. Ich hab's nie geschafft, da rauszukommen. Ich mag beide so sehr und wir wohnen hier zusammen. Ich will keinen Stress mit denen. Boah. Ich wünsch dir echt keinen Traum. Ich weiß nie, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, das mit den Mädels klären musst du selbst machen. Aber ich kann dir vielleicht einen klitzekleinen Tipp geben. Ja. Wenn du ein bisschen lockerer sein willst, auch in den Gesprächen und so und nicht immer nur willst, dass es aufs eine hinausgeht, dann... Ja, erzähl. Lass halt ein bisschen Druck vorher ab. Druck? Ja. Ich weiß nicht mehr. Doch, doch, doch. Wenn du probierst, halt mal aus. Ja, aber dann gibt's nur weitere Probleme. Ich weiß es jetzt schon. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich, ja, was mach ich denn auf dem Kloser, ne? Ja. Ich muss mal... Ja, solltest du dich auch beeilen. Ich glaube, die anderen warten auch auf dich. Aber ich konnte grad nicht anders. Ja. Merk dir, wo wir aufgehört haben, okay? Ja. Boah, die beiden Mädels killen mich. So kann ich überhaupt nicht pinkeln. Da geht ja alles daneben. So ein Scheiß. Ja. 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 Das ist immer für eine gute Glasrasche. Leo? Scheiße. Ich komme! Scheiße. Baba! Alles klar, Meister. Ja, ich brauche mehr Tipps von dir. Ja, Tipp angenommen. Ich habe es gesagt. Ich schaue, wie es sich entwickelt mit den beiden. Mal schauen. Die sind einfach so heiß, Mann. Die beiden. Natürlich sind die heiß. Die machen mich fertig, wirklich. Aber weißt du, ich fühle mich auch scheiße irgendwo. Warum? Das ist auch nicht fair, irgendwie so. Weißt du? Ich bin so hin und her gerissen. Auf einer Seite nicht fair, aber die machen das Gleiche. Sag ich ja. Diese Spielchen hin, her, hin, her. Ich mag die beiden. Ich mag die beiden einfach. Ich kann jetzt nicht einer sagen, ey, hau ab. Das geht nicht. Das fühle ich nicht. Das geht nicht. Bleib einfach stark und versuch das, was ich dir gesagt habe. Okay? Die Zeit spielt für dich. Ja, Mann. Ja, ich muss so. Wollen wir raus? Mann, da wollte ich... Das wollte ich nicht sehen. Ja, du kennst doch die Probleme. Ich komme gleich. Ja. Ja, natürlich kenn ich die Probleme. Ich komme gleich. Ja, ich kann es wirklich raus.